ist das edel dafür passt aber obwohl doch mal flieg zum ball dahin und das war schlecht von mir das war das war ich anstrengung habe dass ich den nicht rausgekriegt habe aber ich bin so was ja du bist gerade den geflogen wir sind gerade aneinander geflogen passiert halt hat aber glück gehabt dass er mich weggeschossen hat also gesehen hat da hat er sich ja kacke an alter der bayern heftig meyer wo mein sturm hört selber gut was machte dafür eine perfekte vorlage dabei das war ja alter hast du ein elektroauto nein das ist unser kollege und er war gut dann hat sich da gar nicht mehr begriffen schade dass die kamera nicht andersrum war naja es reicht ja schon dass du andersrum bist ey was oh nein warum ist mein auto so flach warum ist mein auto so flach äh ach zu und so oder was hä ich bin auch hiogaru die figuren die drei kennst du kanntest du schon ne die ich dir geschickt habe ja äh ne ja ja doch ja doch die kannte ich alle drei und sind die da teurer oder günstiger sogar viel äh das machst du genauso viel naja aus der mitte rausholen in der mitte ist immer schlechter da kannst du Pech haben hä was war das denn oh alter hä ich hab den getauscht hier leckt der aber gerade alles kann das sein ne ah ach 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 oh völlig voran vorbei alter wer hat hier oh o h geile vorlage Was? 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 Ja, der kam super unge... Ja, aber der Gegner hat mich völlig aus dem Konzept gebracht, sorry. Boah, das war so eine geile Vorlage. Oh, hätte er den nicht durchgelassen, ey. Dann hätte ich ihn auf jeden Fall gekriegt. Äh, was weiß das so? Das ist echt neblich. Einfach mal Fäuse zugebracht, ey. Oh! Kann man so mal machen, Leute. Meine Frau ist Gottes weg. Oh, was? Nein! Wieso ist... Oh, wieso ist der Bayer da weg? Oh! Der Bayer hätte einfach mal da bleiben müssen. Typisch die Bayern! Ehrlich mal, dreckig. Wahnsinn, ey. Ich finde die aber cool mit den neuen Farben. Das ist nicht nur cool, das ist unfassbar cool. Meine Farbe, wie gesagt, gab es so vorher auch nicht. So einen ganz leichten, geilen Mega-Mega-Touch, weißt du? Nein! Ey, das hat es ja mal gebracht, Alter. Was war das denn? Der war doch in der Luft, warum ist er nicht weggeflogen? Nein! Oh, Alter. Ja, ganz ungünstig, geileinander. Oh! War gut! Wie draußen gerade welche quatschen, ne? Hä? Draußen quatschen gerade welche. Schade! Weg! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh mein Gott, Alter, zwei Sekunden noch. Oh nein! Na ja! Oh nein! Ich hab' ein Pümpel bekommen! Oh! Okay, Alter! Da jetzt ne Kiste? Alter! Das ist aber übel Warum auch? Das ist aber richtig übel Alter! Hä? Hast du auch gerade dieses bieb 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 gehabt? Hä? Jetzt eben gerade noch diesen Sound als ob jemand mit Stacheln ein Ball auf den Kopf gekriegt hat Ok Ne, hab ich nicht gekriegt Ich glaube wenn es weiner so geht Sollten wir den Server wechseln Boah, der hat voll in die Beinwolke von unserem Teamkollegen Ah, scheiße Lalalalalala Oh, schade Oh, schade Das wäre aber der Hammer gewesen Ich hätte früher im Eis aktivieren sollen, oder? Ja, das wäre natürlich optimal gewesen Aber... Ich hab dich überhaupt gar nicht gesehen gehabt Geil, Alter, ich hab da ja irgendwie rückwärts angepullert, Alter Was war das denn? Was war das denn? Das ist extrem laggy hier Also nicht extrem, aber das ist ein bisschen laggy Oh cool Hä? Oh Bleib doch in der Luft schon stehen Bevor die Eisinformation da ist, Alter Was ist denn los, Alter? Der Server Aber der ist irgendwie echt ganz schön behindert Oh Oh, schade Hä? Ich bin in deren Tor gespawnt What the fuck Was ist denn tauschen manchmal für eine Reichweite? Was ist denn tauschen manchmal für eine Reichweite? Oh, schade Ja, tauschen kannst du von ganz hinten nach nach vorne, ja Oh, schade Bälle Bälle For every one Bälle for free Free balls Was? Bälle Bälle Free balls, Alter I make you tea I make you tea-beutel, Alter Und das dann von so'n dicken, voll geschwitzten Mann Also mir Der sich drei Wochen nicht gewaschen hat, Alter Woah Cheese balls Cheese balls, Alter Cheese Puffs meinen mit bei dir grad, Alter Boah, ey Hahahaha Nein Boah ja nice, das Boah, Alter, das war... Boah, Alter, wie schnell war der denn? Hehehe Ja, der hat sich rangezogen, Alter. Hehehe, kam mega krass. Boah, mit Turbo gekriegt. Mit Turbo, mit Turbo. Weg. Mit Sack. Turbo hat rausgeboxt. Oh! Ich verlängere ihn. Boah, der verlängert ihn auch. Und macht fast ein Tor. Hä? Oh, was? Hat jemand irgendwie irgendwas geschrieben gerade? Hä? Boah, Alter, war das ein geiler Schuss von mir. Boah, hat jemand was geschrieben? Ja, hier im Spiel gerade. Hä? Nein? Hä? Hat jemand was geschrieben? Ne, im Spiel. Im Spiel hat jemand was geschrieben? Ja, ich... Geschrien. Ach so, hä? Ja, ähm... Also wie heißt das hier das an? Was? Nein, 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 nein. Das war ein Sample. Vom Hintergrund Sample. Das war mal ganz komisch. Wie so eine... Naja, Alter, der total durchdreht. Hartfrau Huber. Irgendwie so. Oh, komm. Oh, Mann. Das war so ein geiler Schuss von mir. Und so wird er jetzt gelohnt. Boah, blöder Fuchs. Ich mag keine Füchse mehr. Ich mag Füchse trotzdem noch. Die sind süß. Außer den Firefox. Kann ich nur zu sagen, ich hab den noch nicht. Den aktuellen. Generell, ey, also ganz ehrlich, Microsoft Edge ist so unfassbar viel schneller, ey. Das ist schon übel. Ja, die Bayern. Also Edge ist wirklich unfassbar... Also unfassbar viel schneller, weißt du das eigentlich, ne? Ja, Magie hab ich überhaupt gar nicht. Ich weiß aber, Alter. Das ist so ein schrottes Stück Scheiße. Ich hab den noch nicht so viel ausprobiert, aber... Schnell, aber trotzdem auch scheiße. Oh, puh. Der Bayer. Der Bayer. Der Bayer. I make you Bayer.com. And then I give you a... Nein! Ich hätte... Alter! Sorry. Ich hätte nicht abdrehen dürfen. Das war ne gute Vorlage. Was macht denn der Bayer da? Scheiße! Ist der jetzt gegen uns gerade? Was? Was? War auf'n Sack mit Küchen. Boah, was hab' ich denn noch gemacht? Boah, schade. Boah, schade. Boah, schade. Äh, schön mach ich. Alter, ich hab'n Haarbau gegen mir. Das war eklig. Was ist das denn für ein Magnet mal wieder gewesen? Na? Na? Boah, was für ne geile Vorlage. Das war ne gute Vorlage. Boah, schön. Wenn ihn auch keiner gekriegt hat. Ah, Alter. Ja. I make you sexy.com. Oder was? Boah, klatsch. I make you sexy.com. Der Name. Oh, was? Was? Alter. Alter. Alter, den haben ihn genau vorgestellt. Ich wollte noch unbedingt meinen Pümpel spielen. War geil. Nein. Wie kommst, dass du eigentlich in letzter Zeit wieder so viel War Thunder spielst? Ja, einfach so nebenbei danach, ne? Uah. Fuck, wie ne Porno Vorlage, Mann. Oh, schade. Alter. Das war ne echt gute Vorlage. Ja. Aber wieder mal so völlig unabsichtlich gewesen, ne? Was war das? Ja, das Ding hab ich... Das Ding hab ich... Das Ding hab ich von oben nach oben gekriegt, hast du? Deswegen kam das so geil. Ja, nice. Ja. I make you shluckering.com Ich kriege ihn! Nein! Ist nicht wahr. Ist nicht wahr? Nein. Wie immer gar nix. Abfassbar. Doppel-Drop am Arsch. Ähnlich, Mann, ne? One Thunder. Wir spielen seit einer Stunde. Und du hast noch keine Kiste gekriegt, oder? Ja, ich hab nix gekriegt. Nimm mal ein Hütchen, oder so. Alter, nimm mal Hütle. Ein Hütli. Hütli. Knüsper Hütli. Ein Hütli auf Laufli. Hütli. Weil du das so richtig wohnst. Und du schadest... Hütli. 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 Wie Tobi und Curry, Francesca. zusammen ich war auch noch da Alter Batman schon wieder, weißt du? Mein Batman OPA LA OPA Das Ding braucht echt endlich mal ne Hitbox ey Ja Richtig reingeschleudert Nice alter King of the Storm alter OPA Sorry OPA Schade Oh Alter Ein Problem für Superboggy Ähh Boggy Nein Superboggy Woher? Was? Ich hab grad äh Das Tor verändert ja Oh da ist noch einer mit Stochel Oh was? Alter wird der mich dann gegenüber Jetzt kriegen wir Das wird mich schneller alter Oh nein Danke Danke Hohoho Nice Nioh 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 Oh was? Wie kam der denn gleich runter? Wie kam der denn gleich runter? Oh What the fuck? Und weg mit dir Alter Oh schade Was? Ihr Fotz Da waren zwei Magnete Äh Pümpel dran Und ein Magnet Oh Weg mit dir Alter ah scheiße Ich bin bei der Kamera wie er schon reingebste Uuuh Nioh Oh 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 Und dann wurde ich noch getauscht Wap wap wau 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 Alter Schatze Ich hab auch noch jemanden weggebummst Ding hier Hehehehe Und ich hab den reingemacht Uuuh Ja der wär so aus Aber so oder so drin gewesen Hütte Puh Wo kam der denn her? Oh was? Hä? Hä? Ach Boah Boah War das gut Wie schlecht Nice 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 Oh Mioh Alter da habe ich dich noch mal gedreht wieso kaum läuft was schlecht sind sie weg scheiß Bayern Batz 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 Ab nach vorne nach vorne nach vorne Alter hier bin mit einer die ganze Zeit ich war zu dicht dran Pfff Oh was Oh nein Oh Gott Der wäre nicht rein gegangen Nein Mach ihn rein nein Was ist denn los Alter Na gut mach ich ihn jetzt mal rein Ja Mit Handzah Alter hör auf Alter aber echt mein Schuss Hat gegen einen scheiß Gegner getroffen Der hat eben gerade auch Millimeter vor mir da Verhundene Ficker alter Weißt du wenn die alle da wären Hey schon 70 Tore weißt du Zum Kotzen ey Der hat Geld verloren Alter Das ist Das muss das Wetter zu unserer Strafgesetzbuch Alter Strafgesetzbuch War das dein Pompel du Hunderatte Ja Ja Aber ich wurde weggekickt Boah Was ist denn los gut gemacht alter er ist angespielt und zack so gut ist noch mal hinterher gebommen ich habe gerade eine völlige behinderung gemacht das war ein guter fallrück hier das war ein gelber habe ich genau gesehen nein nein das war ein blauer ich habe es genau gesehen ich habe es genau gesehen aber das war auf jeden fall und gelber der will ich genau auf unseren tippel auf unser tor gezielt ich habe ja den gegner genickt gesehen gehabt er war noch bei mir an hier links an der am bildschirmrand schade was ist los locker wenn alles mal ein bisschen normal gelaufen wäre und nicht irgendwelche die hohrensöhne da gedacht hätte ich mache parade alter ne Nein! Nääää! Alter echt, Alter voll verhittert, Leute. Yeah, Dominos, Hochadel! Hä? 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 Okay? Lackierung gekriegt? Okay. Und zwar eine aus den... Das ist doch eine aus den Kisten, oder? Kann sein, ja. Oh, ich hasse diese Mappe. Wieso spielen wir eigentlich nur noch blau, Alter? Haben die einen Schlaganfall gehabt, oder? Wir spielen jetzt das vierte Mal hintereinander blau, ey. Ja. Ich will endlich mal mit meiner Orangenex-Karre fahren. Ich auch. Den Bug haben sie immer noch rausgeholt, Alter. Äh, weggemacht, das ist ja Wahnsinn. Dass man immer noch unter die Map guckt, ey. Boah. Oh ja, war er auch bei mir zu sehen. Jetzt Tor... Alter, Alter! Nein, schade! Das gibt's nicht! Was geht da bei euch von der Fett? Das gibt's nicht, ey. Mach mal ein Eis, sorry. Du hast... War das ernsthaft dein Eis? Ja, aber der wär... Der wär doch nicht reingedreht. Der wär reingedreht. Hä? Ja, aber da war... Da war aber noch... Da war aber noch reingedreht, ey. Ja? Oh... Alter, ey. Ich fett Felbe. Cooles Bild. Mach da erstmal ne verkackte Parade für den Gegner. Nee. Außerdem habe ich für mich eingefroren. Weil die Fresse für dich eingefroren hat, der wäre ein Tor gewesen. Der Knauze wäre ja nicht. Der Knauze wäre ja nicht. Wo du dein Torschussmeister... Da spielt ich immer den Kopf. Den die nicht immer in letzter Zeit auch selber. Achso... Ja... Ne. Da freut sich das kleine Hähnchen. Ja. so da geht man danke ich habe ich dachte nein ohne war leider konnte ich da kann ich doch nichts dafür du bist so schlecht wie soll ich denn da was für können alles unfassbar schlecht schnauze du er redet gerade von seiner hirngröße meine hirn meine hirn redet also mit mir schlau sehen das kann die menschliche sprache du bist schon so ein krater alter da was wird das zum wacke flupp hast du auf hast du auch mal den ball und nicht mehr achtung stacheln und noch nie alter topo alles der trupp ist aber naja gut weil wir das hier schnell verloren hätte nein aber vielleicht vorlage obwohl falsch gelandet ich habe stacheln karte ich habe kein eis arschloch hätte ich definitiv hätte ich den gebraucht hätte ich jetzt eis gehabt oder ich hätte ein purple gehabt ich hätte ihn daraus gezogen definitiv aber auf die pizza definitiv aber auf die pizza war das ziegte geil ja ja ich habe noch pizza verlangst du im frühstück ich auch geil vier jahreszeitenpizza geil ofenfrische neus die beste vier jahreszeiten äh nicht nicht vier nein nicht vier jahreszeiten vier käse achso beste quattro vom macchi die ich jemals gegessen habe ist ähm die von die von wo der teich nach oben mit geht weißt du also wo der rand nach oben geht das ist die beste achso hä da geht doch der rand wird dann der rand wird doch so dick so richtig fett so ein richtig fetter rand vier jahreszeiten nein nicht vier jahres quattro vom macchi achso ja 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 gut wie ofenfrische das glaube ich das ist das ist die mit so einer schmerzlichen äh verpackung ne äh ne so schmerzlich ne nicht schmerzlich ähm wie ist glaube ich von wie ist blau von wagner oder so glaube ich so die ich meine boah auf jeden fall ja na endlich ne die hat so einen richtig dicken rand aber die pizza selber ist richtig dünn ok ok ja 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 ist sie ne ne ich glaube nicht die mit schwarz also ja ne nicht schwarz ähm so dunkelbeule ich guck nachher mal welche ja ja alter schade alter kannst du mal versuchen einfach mal durchdrucken boah den habe ich aber ordentlich gesprungen aber schade dem hast du zu schuld da war der pümpel zu lang dran ja das wäre aber geil gewesen so oh den habe ich gut gekriegt hallo grog oh was mein auto ist zu flach äh draußen rum die hooligans alter fc bayern oh gott oh gott was war das denn pfeifen sie hier rum fc bayern fc bayern fc bayern fc bayern uah Nein ich hätte hier raus nummer können aber der hat mich da voll geflogen aua ich hatte wie heißt das hier ähm seil aber zack du hast das da und da war es dann um mich geschehen als er war dann auch der Typ alter alter was ist das für ein sound neben dir alt mal reinen rein 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 reinen mich da grad wie kann man das seit über einem jahr in dem spiel einfach so lassen und sich denken das ist nämlich das problem heute diese die sind auf ihrem erfolg nun die sind nur noch da darauf aus kohle 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 das nervte okay bam hätte ich heiß gehabt hätte ich den fähnen wenn wir mal ein geld fahren ja ich auch wir haben ja noch 20 sekunden ein mega geiles orange alter und ich glaube ich fahr die ganze zeit ein mega geiles nein ich war zu schnell aber jetzt habe ich das war ich auch wenn du jetzt ein tor versucht alter dann macht nicht das war das war das war von addys heus die immer die spagetti alter ich kann jetzt eigentlich meine kiste ja immer noch keine ja ich habe eine kiste nicht oder lachs geht weiter endlich ich habe doch die Ovenfrische. Ovenfrische, Ovenfrische. Fury, Alter. Schön. Nice, Angebot. Erstmal gewartet. Was? Boah, das ging schnell. Boah, der sieht so geil aus. Boah, das ging zu schnell. Boah. Schnauze. Darauf erst mal, was für eine Bahane. Ja, und der, der gerade gesagt hat, schön geblockt, der ist gar nicht im Tor. Boah. Ja, Addysseuss, unser Tifolee. Na komm. Na komm, Alter, Alter. Du hast dich am Aufbau gelegt. Boah, was für eine Geile. Ja. Das wäre der Hammer gewesen. Ja. Wüsste gar nicht, wer das Tor gekriegt hat. Das wäre wie so eine eklige Vaterschafts- Was? Das gibt's doch nicht, Alter. Oh. Wie du gibst mein scheiß Bein, ich reine. Weil's, äh, strafe ist. Das ist ja jetzt schon asozial, Alter. Boah. Das ist ja jetzt schon hoch asozial. Ja, das ist halt, ne, ne. Ja, wo kommt dieses WWF her? Ich verstehe das nicht, ja. Das ist wieder SmackDown oder sowas. Dieses NXT, glaub ich. Wie, das Wrestling, wo kommt das her? Ich kann's nicht kriegen, ich hab's nicht. Und man kann sich's doch nicht holen irgendwie. Vielleicht ist es nicht für den europäischen Raum. Wär auch möglich. Was eigentlich schwach sind wir aber auch? Ja, da müsste der, wie heißt das hier, äh, Ping von, was weiß ich, wie hoch haben. Ne, wir sind alles Europäer. Ja. Weil, Amerikaner hat keinen Ping, der, wie heißt das jetzt hier, so ist wie jetzt, äh, also so. Ich hab übrigens Honi, Honi und Stachel. Ja, geil. Und du Eis. Ja. Deswegen bleib ich auch grade voll in einer Nähe. Oh, nein, nein, ich muss weg, oh. Ich muss weg. Alter. Boah. Ja, siehst du, ich sag doch, ich hab Eis, Alter. Boah, schönes Tor. Der Tor. Boah. Arschloch. Wär schade. Boah, Alter. Der wär richtig nice gegen. Nach dem Honi. Boah, lass, 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 lass. Genau, nice. Oh, der hat mich getauscht. Ja, das war ein Fehler, das er mich getauscht hat. Das war sein Fehler, das war sein Fehler. Boah, nein, 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 nein. Boah, nein, 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 nein. Du Boah, Alter. Ich, ich muss weg. Alter, das Orange sieht so nice aus, Alter. Das ist mein absolutes neues Lieblings-Orange. weiter das war so von dir von der der mich gerade zerstören wollte aber ich aus rottes hatte ich da genau vor die Ja, Alter. Was? Schade. scheiße ich habe nicht mehr gekriegt heute was das war zu spät wuss alter meine flamme ist echt der hammer dass sie der rosen king millimeter wenn er den mit meter höher geschossen hätte hätte ich den raus wurde Das haben die gut gemacht. Pfff! Pssst! Pfff! P Trumphho B! Pfff! Pff! Pbb! Pfff! Mach was draus! Scheiße. Boah, schön! Andy Murphy. So sieht er auch ein bisschen aus. Ja. Boah, was war das denn? Lächerliches gerade. Alter, das sind aber auch ein paar Lacks hier. Also die sind echt vom Feinstein, Alter. Boah. Da hat Alter Eis gehabt. Ich hatte das. Mach doch bitte die Animation oder das Geräusch wenigstens. Oh, der geht immer. Jedes Mal den Ball einfach zu verlieren, ohne zu wissen, was los ist. Boah, alter dieser Scheiß. Magnet ist manchmal so krank. Boah. Mach was raus. Danke. Sehr schön, ein Tor noch. Boah. Alter, was ist denn da mit den? Was ist denn mit den Zuschauern gerade los? Voll durchgedreht. Hechtliche. Ich mach ein Tor, sie pfeifen. Boah, die verteidigen. Boah, scheiße, der kommt eklig. Ach, schade. Oh, schade. Boah. Halt euch nochmal ein Stürmchen gekriegt, dann. Weg mit Batman. Weg mit Katzenohr. ja geil jetzt bin ich reich was hast du gekriegt an nichts reich an nichts das kann doch nicht sein rockenblick halt ne du kriegst gleich deine dritte und vierte truhe und fünfte truhe ich würde wenn dann die zweite krieg aber wir spielen echt fast anderthalb stunden alter und du hast also nicht eine kriegst du gekriegt was rockenblick verdoppelung scheiße weißt du ja eure mutter ist ne verdoppelung ich hab sowas auch schon echt kommen sehen die mutter von dem erfinder hat doppelt die eier blubberblasenblasen oh der ist aber gelangt nein 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 das ist der fort die gewaltungen der moderne anrufen und die winde weichbrücken mit die ich wusste gar nicht dass ich starrte What the fuck? Äh, was? Was? Den hab ich getauscht und dadurch war ich unter dir sozusagen. Alter. Alter, ich wusste gar nicht, dass ich Stacheln hatte. Das war nur versehen. Oh, der war gut. Oh, scheiße. Oh, 천ne Vorlage. Alter, voller Rom geknüppelt, Bazzi. Jetzt sind's zu. Heißt der sogar Venom, dieser schwarze Nazi-Nerven? Gibt doch jetzt einen Film. IX, oder? ją, die haben sie so. Infinity, ne? Diesen Nabel finden sie oder was meinst du? Nein. Neuer Venom-Film. Ein Venom-Film? Keine Ahnung. Oder soll noch kommen? Weiß ich nicht. Das kann sein. Ja komm, aber ob jetzt einer da ist, weiß ich nicht. Der Pool soll. Nee, komm nächste Woche. Ich würd ja gern Big Meets Bigger gucken, mit The Rock jetzt, den neuen. Mit diesen riesen Mutantenviechern. Ah ja, wo er mit den Gorilla redet, ne? Ja, Mann. Die würd ich auch gerne sehen. Alter. Aber es ist so viel im Kino. Deadpool 2 würd ich am liebsten gucken. Jetzt sind Big Meets Bigger. Dann guck ich Jurassic World 2, guck ich im Kino definitiv. Dann kommt im November, ähm, hier, ähm, fantastische Tierwesen, wo sie zu finden sind. Zwei. Mhm. Äh, selbst für mich gibt es einige interessante Vögel. Generellte haben wir was überlegt. Boah, schade. Ich hab ja den ersten Teil noch nicht gesehen. Boah, Deadpool, das ist echt ne Sünde. Das ist also, ich hab den auch erst der Spiel geguckt. Aber Deadpool, das ist der Hammer, ehrlich. Ich hab ja damals, äh, streamen bei Bronk gesehen, als er das Spiel gespielt hat. Das war ja schon ein Hammer. Das ist einfach, ich weiß nicht, Alter. Das ist so, ähm, wirklich anstrengender Film. Mal. Aber sehr geil. Wirklich sehr, sehr geil. Was hast du für Superkräfte? Äh, nix. Du bist eingestellt. Na, na. Boah, schön. Hab ich ihn schon wieder geklaut? Ich glaub's nicht. Ich glaub, das ist der zweite, den ich ihn geklaut hab. Das war ja unabsichtlich, oder? Guck mal, er kam mal von der Ecke, Alter. Boah. Was? Alter, letzten Kilometer. Nice Deal. Boah, Alter. Das ist jetzt das dritte? Das haben wir auch noch nicht gehört, ey. Nice Deal. Uah, oh. Ich verpiss mich lieber, ich mach das schon. Yo, der war gut. Alter. Der war richtig gut. Nyauuuwasch. Ah, aber knapp, Alter. Knapp, aber sehr gut. 7-0, was los, Alter? Mach mal die Hefte der Zeit rum. Jetzt sollte ich mal zwei Kästen bitte kriegen. Einfach mal so prophylaktisch, ne? Ja. Moment, du solltest auch langsam wieder einen kriegen. What the fuck? Was macht ihr denn? Was macht ihr denn? What the fuck? Alter. Alter. Ach, Mann. Ich halte ihn auf. Ich halte Batman auf. Ein Batman. Ein Batman. Ein Batman. Ein Batman. Ein Batman. Oh, scheiße. Ein Batman. Jetzt hat er aufgegeben. Haben wir uns die ganze Zeit geguckt. Ein Batman. Oh, scheiße. Oh. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Warum fährt der Hundesund dann auf einmal richtig hier aus, ey? Wird Magnet. Boah, endlich, nice! Alter! Was? No! You fucking piece of shit! Was? Was macht ihr da?! Was? Alter! Ja, wenn man so führt, kann man doch mal anfangen zu spielen, Alter! Boah! Ihhh! Wo bin ich denn drüber?! Boah! Alter, bist du übergeknoppt?! Alter! Der Fuß kam mir auch voll in die Fresse hin! Wunderschöne, die 8.5. Ach, schade! Oh! Aua! Boah! Was ist das denn Süßes?! Ich hab Seil gemacht, Alter! Nein! Oh Mann! Photoshop-Echse! Der ist reingekommen! Warte! Der wär drin gewesen, Alter! Alter, was? Hat hier gerade jemand gesagt? Hey, ich brauch Hilfe?! Ja, das heißt, das sind die Hintergrund-Geräusche! Irgendwie gibt's Hintergrund- neue Hintergrund-Sounds irgendwie bei der... Ganz komisch, Alter! Ja! Ich hör die ganze Zeit stimmen! Hä? Irgendwie, wie gesagt, ey... Hä? Was macht der?! Wie könnt ihr jetzt mal anständig spielen?! Oh! Wenn man 9-0 führt, weißt du, dann macht man echt irgendeinen Scheiß, Alter! Und dann kommen echt geile Dinge dabei raus! Oh, sag mal! Klatscht er mich gegen die Grecke! Waaah! Schön! Und wenn im Vorlagen-König, Alter! Und wo häng ich? Mit 510 Punkten häng ich da, Alter! What the fuck?! Hier über 1000! Boah! Anstrengender voll gerade! Die 58 Minuten schon geht! Näh, 48! Achso, weil der das auch schon hat! Ich will ein Tor machen! Boah! Schade! Alter, was?! Ich will ein Tor! Nein! Ne, keine Kiste! Wow! Hast du eine? Ne, ne? Ne! Das ist doch unfassbar! Na ja, raus, Alter! Ich bin... Ne, was heißt müde, aber... Boah! Alter, was halt... Aber ich hab was in der Garage, hä? Hä? Ja, du hast doch einen! Wie heißt das? Irgendwas gekriegt, da! Hä? Was hab ich denn gekriegt? Achja, Dominos! Äh... Welches für'n Dominos? Äh... Ein normaler Hochadel! Achso! Hochadel! Wow! Ich hab noch einen Dekodierer! Stimmt! Wie bist du denn gerade? Hä? Hab ich überhaupt noch Schlüsse? Ich glaub nicht! Ne, ich hab keine Schlüsse! Ne, ich hab keine Schlüsse! Ich hab auf jeden Fall keinen mehr! Ich muss mir auch welche kaufen! Na gut, dann würde ich mal sagen, bis zur nächsten Folge! Tschüss! 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 cc